Wir haben hier wieder eine quadratische Gleichung gegeben und diese quadratische Gleichung enthält nur ein x², also kein weiteres x. Und das bedeutet, wir können die Gleichung ohne die Mitternachtsformel lösen, und zwar indem wir zum einen die 54 auf die andere Seite bringen, also um 54 addieren. Dann erhalten wir minus x² ist gleich minus 198 plus 54, das ergibt minus 144. Jetzt multiplizieren wir die gesamte Gleichung mit minus 1, damit wir ein plus x² erhalten. Dann hätten wir x² ist gleich 144. Jetzt können wir wieder die Wurzel ziehen, wieder dran denken, plus minus die Wurzel. Und dann erhalten wir für x1 einmal plus die Wurzel aus 144, das wäre plus 12, und einmal minus die Wurzel aus 144, und das ist minus 12. Also das bedeutet, wir können hier für x die 12 einsetzen, beziehungsweise die minus 12. Und wir bekommen immer das gleiche Ergebnis. Also unsere Lösungsmenge ist in dem Fall minus 12 und 12 für diese quadratische Gleichung.